Sind deine Nägel endlich trocken, Baby? Jetzt ist Tanzen angesagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Muss ich meinem Mädel beweisen, dass ich sie liebe? Oder sparst du dir den Ärger? Und entschuldigst dich bei ihr? Wie ein Gentleman. Du kannst mich mal am Arsch lecken, Mann. Siehst aus wie ein Clown in dem niedlichen Jäckchen. Das ist eine Schlangenlederjacke. Sie ist ein Symbol meiner Individualität. Und meines Glaubens an die persönliche Freiheit. Arschloch. Komm mal her. Hey, Leute, ich bin ja auch. Au! Du zwingst mich leider, die Sache vor allen Leuten zu erledigen. Ich will jetzt auf der Stelle sehen, wie du dich bei meiner Freundin entschuldigst. Tut mir leid. Ach, schon gut. Du hast dich eben an die Falsche dran gemacht. Das ist alles. Schon besser so. Besorg dir ein Bier. Die Jungs habt die gleiche Porre, wie Elvis sie hatte. Dann kennt ihr auch das hier. Ich bin ja auch das hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020